Leute, ich hab Hunger. Aber so schlecht im Herzen sind sie, du ja. Mach mal! Ey, das kann nicht sein. Ich hab mich Omi grad einfach hops genommen. Eine letzte Frage, wann wird denn Bubaz jetzt legal? Der Karl Lauterbach arbeitet dran. Okay. Volle Unterstützung. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Marjo, es gibt eine Sache, die du noch nicht weißt. Wiedern und ich haben uns dafür entschieden, ob wir uns zusammen den Edgar morgen machen. Ich weiß nicht, ob ich dich dann noch liebe. Wow. Ey, du hast dich mit dem Eierkopf und der Oma-Brille geliebt. Und mit den roten Haaren und dem weißen Schnauzer. Mann, ihr treibt es nicht mehr, ob ich's machen soll. Du hast grad ein ganz großer Chunk Haare anzupackt. Oh mein Gott! Geisteskrankt hat es wie dieser alte blonde Junge aus diesem Meme. Ich freu mich schon, das hier bei Hungriger Huru zu sehen mit 19 Jason Derulo-Songs drunter. Digger, hinten ist ultra krank. What the fuck? Es sieht aus, als hätte ich ein Helm auf. Ich sag ehrlich, von allen Goofy-Frisuren, die ich bis jetzt hatte, das ist besser als der Buzzcard. 100%! Safe! Ohne Scheiß. Ich hab so lange meine Haare wachsen lassen. Digger, ich war gestern beim Friseur. Ich dachte mir so, ey, guck mal. Ich war eigentlich wirklich relativ zufrieden mit meinen Haaren. Ich lehne mich zurück, mach's mir bequem. Digger, ich mach die Augen auf. Was ist das? Digger, ich seh aus wie ein hart gekochtes Ei. Ihr müsst euch halt vorstellen, das ist halt eine First Message in diesem Chat. Kannst du mal bitte dein Headset absetzen? Ach du Kacke, was ist passiert? Mann, die Frisur sieht über dope aus. Egal, was er als Nachher hat, es kann nicht beschissener sein, als das davor. Er hat schon eine Haartransplantation in Istanbul hinter sich, aber die haben ihm aus Versehen Sackhaarwurzeln transplantiert. Das ist der einzige Grund, den ich mir erklären kann, warum das so aussieht bei ihm. Ja, lustig und so. Jungs, wann hört dieses ganze Haarthema auf? Hast du das schon gesehen? Was ist mit seinen Haaren? Digger, jetzt doch. Jetzt sind wir doch gut, oder nicht? Irgendwie sehe ich gerade aus wie Tavix. Tavix hätte jetzt auch eine Haarline. Oder damals sah ich krass aus. Das ist nur aus mir geworden. Ich hab gerade das Bild gesehen und dann meine Facecam. Holy shit. Okay, ich find das crazy. Boah, also das Seitebart uns ist ja überwild, Alter. Ja, Mann, das ist crazy. Und, wie ist? Oh mein Gott, Schatz, wir werden ganz viel Sex haben. Ganz kurz, ganz kurz. Bruder, hat Trimax auf Samus White reagiert und dabei Clash of Clans gespielt? Macht er immer. Das ist crazy. Dicker, ich glaub, ich mach jetzt was richtig krasses. Ich bring mein Stream auf eine neue Ebene. Wie oft hast du an Clash of Clans gedacht? Sehr oft. Also jetzt war kein Witz. Ich mach das immer so als Witz. Aber es hat mir wirklich Motivation gegeben. Weil ich wusste, alle meine Arbeiter und das Labor ist 14 Tage beschäftigt. Egal, was ich da draußen mache in der Wildnis. Egal, ob ich Essen hab oder nicht. Alle sechs Arbeiter liefen und sind beschäftigt. Das hat mir wirklich Motivation gegeben. Bro, der Shelter ist overhated, Bro. Es sieht auch nicht aus wie die verf***te Goldmine aus Clash of Clans. Stimmt, ist sogar noch besser. Ja, das ist geil. Ich find direkt jedes Video besser, wenn ich noch so ein Clash of Clans Overlay drin hab. Ich spiel auch immer so im Gym Clash of Clans. Da steht, oh, deine Armee ist bereit. Zwischen den Sätzen nur 60 Sekunden kannst du perfekt angreifen. Es sind aber überall Spiegel. Und die Leute sehen mich auch. Und erkennen mich auch einige beim Sport so. Ich stell mich so extra mit dem Rücken dahin, dass mich keiner sehen kann. Aber es sind halt überall Spiegel. Und dann sehen die mich halt, dass ich beim Sport Clash of Clans spiele. Erster Versuch des Tages. Ach, Digga, was? Ich hab echt ein Gefühl dafür jetzt. Ich weiß genau, was klappt aber nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vierzehn, fünf. Digga, dafür zahlst du im Großhandel 25 Euro. Sind die dumm? Haben die wirklich 5 Stück? Ich war... Ich hab mir gedacht, als Angelset könntest du einfach so benutzen. Das benutze ich in der Türkei meistens nur ein Netz. Das wirst du einfach ins Wasser, die Fische sehen das nicht und verfangen sich dann darin. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Aktueller Fisch-Count. 38. 38. Fische. Guck dir das mal. Das ist der Baum, den wir gestern abgesägt haben. Ist hier runtergefallen. Ja, es verstopft der Fluss. Da muss Montemal ran. Und die ganzen Äste mal rausmachen. Damit der mit der Bach wieder schön fließen kann. So, ich werde jetzt hier mal wieder oldschool am Ilsebach spazieren. Hier im Buxtehude. Ich hab heute noch ein bisschen Verstärkung für Kylo. Und noch zwei andere Hunde. Aber ich verstehe nicht, wie die Leute mit einem guten Gewissen hier vorbeigehen können. Ohne mal ein bisschen den Stau zu beheben. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Ja, also bin ich der Einzige, der das befriedigt, Mann. Stau dann hin oder her. Das Wasser muss Krisenmission erfüllt. Was machen wir heute? Ja, lass uns erstmal lachen, wenn die eigentlichen Lillen werden. Was machen wir heute? Keine Ahnung, lass uns Spaß haben. Könnten uns Seil bauen, Seilspring machen. Könnten verstecken oder Fang spielen. Juhu. Ich geh jetzt zurück zu Mar... Was? Die haben die krasseste Szene überhaupt rausgeschüttet. Und ich weiß nicht, warum. Ich bin gerade sprachlos. Hinter mir war auch so eine Bucht wie hier. Das war eine gigantische Höhle. Und in dieser Höhle war ein Fels, der aus dem Wasser geschaut hat. Wie in so einem scheiß Disney-Film. Und auf diesem Fels lag eine Robbe. Und ich konnte übertrieben dicht an sie rangehen. Und sie hat mich angeguckt. Wieso zum F*** schneiden die die krasseste Szene nicht rein? Hast du vielleicht im Umgang mit der Robbe was falsch gemacht, was sie nicht zeigen wollten? Naja, ich wollte halt, dass die Robbe sich bewegt für die Aufnahme. Und da habe ich so einen riesen Felsen von oben die ganze Zeit auf die Robbe geworfen. Bis sie dann ins Wasser gesprungen ist. Das waren so riesen 20 Kilo Felsen. Habe ich da vollautomatisch auf die Robbe und mein Speer hinterher und alles. Das Messer, die Säge. Wenn das hier alles im Uncut kommt, raste ich aus. Ich schnitz da nur für den Content sieben Stunden so einen schwarz Speer. Obwohl gar nichts mehr geht und dann sieht man den noch nicht mal. Digga, ist das krass. Ach so, so. Mach ich mit, ist der Bruder, oder geh ich direkt rüber? Ne, also die zwei halt mitnehmen. Ja, jetzt musst du dir... Du machst dir mit. Oh, du musst das... Er schafft es nicht. Ich muss ihm erklären, Bro, für Turnier. Da muss ich jetzt durch. Ungöhnlich. Man, dieser kleine F***, das gibt mir die ganze Zeit Sachen. Der F***, ich hab diese dolle HD, Bruder. Was ist... Bro! Schill! Digga, dem gehört der Sauber. Der will dir nur helfen. Du musst über die Schlucht da. Das ist so eine Schlucht. Geh drüber. Was ist eine Schlucht? Wie, was ist eine Schlucht? Bruder, vor allem, ich wüsste, was eine Schlucht ist. Bruder, Schlucht gibt's auch in Real Life. Bruder, du sprichst. Was ist Schlucht? Ja, was ist, Bruder? Er sagt Schlucht. Du bist gerade reingefallen in die Schlucht. Er sagt Schlucht. Bruder, sagt Brücke. Waaat? Aber das ist keine Brücke. Ja, aber es sieht aus wie eine Brücke. Bruder, er hat einfach noch zu mehr als ich. Er hat ein IQ zwischen 130, guck ihn dir an. Ja, mein IQ wäre zwischen 130 und 145, ja, ja. Er ist ein Genie. Er ist begabt, Bruder, diese Seite. Er ist einfach ein, Mann. She didn't have to cut me off, like, man. She didn't have to cut me off, like that I could never, but we were nothing. Too much, fragt im Chat, warum sind von dir im satten Hugo-Video die unlustigen Stellen rein? Ja, ich weiß es auch nicht. Wirklich so lustige Begegnungen in Amerika, mit so vielen coolen Amerikanern. Und was kommt rein? Autos. Was ist denn das für ein Maschinenauto? Oh. Ach so, doch, das Video. Junge, wie geil. Ja, kein Wunder, dass der so viele Zuschauer hat. Gibt doch richtig Hobby-Carspotter oder so, ne? Wollt ihr nicht? Ich bin aber dankbar, dass wir drin sind. Wir dürfen nicht meckern. Aber deswegen hier für satter Hugo nochmal ein paar Autos. So, wir haben noch ein Auto für satter Hugo. Spaß, bin wirklich dankbar. Hey, ich zeig kurz ein Auto, damit das bei satter Hugo landet stattdessen. Spaß, Spaß, ich bin froh, dass ich wieder drin bin. Ist nur halt immer so witzig, weil die trockenen Sprüche und die lustigen Sachen. Erstmal, hallo, Wilhelm. Hallo. Wilhelm, du sprichst kein Deutsch. What? Sch**e, du sprichst ja nur Amerikanisch. Hallo. Hallo. Ich spreche mit meinen Toys.